ich habe folgenden plan ihr dürft euch eine wohnung aussuchen sozusagen die ihr gestalten könnt oder können auch mehrere gestalten die besten wohnungen die am besten aussehen die werde ich denn auch nachbilden und ins hausbiet einbauen einzige bedingung es darf nicht von außen verändert werden das haus und von innen sollte es sollten die wände auch so bleiben wie sie sind oder müssen so bleiben weil sonst mit den nächsten wohnungen der komplikationen geben würde und alle müssen wir neu gestalten schreibt euch die hausnummer auf 73 zum beispiel wo das einbauen wollt erdgeschoss erster stock und so weiter und so fort und sagt hier erster stock rechts also wenn man die treppe hoch geht rechts oder links wo er die wohnung gestalten ihr könnt das bett natürlich woanders hinsetzen macht von jedem wohnungsgegenstand ein bild also jetzt hier von jeden wohnung vom türraum am besten aus dass man alles im blick hat wenn natürlich hier was hingebaut wird natürlich auch noch ein foto machen und die besten oder die schönsten oder halt die am besten da reinpassen die nehme ich mit ein und werde es genauso einrichten wie ihr es gestaltet habt somit habt ihr eine wohnung selber personalisiert auf euch und könnt sagen guckt hier das habe ich gemacht hier und er hat zwei sich rein genommen und ja 73i zum beispiel das haus ist auch schon wieder so gut wie fertig wie ihr seht ja sucht euch eine wohnung aus gestaltet sie um oder können mehrere wie gesagt schreibt dann die hausnummer an nicht von außen und nicht von innen verändern halt nur die einrichtung reinpacken und ich werde es nachbauen und beim nächsten version wäre das mit drin sein oder wird eine andere wohnung sein wenn die schon belegt ist da gibt es mal genug wohnungen die welche ein bisschen umsetzen bei den balkons wird problematisch werden weil es nur vier stück gibt und bei anderen sechs stücken halt spiegel verkehrt ja ich weiß was erstmal ihr habt jetzt die aktion gesehen ich hoffe es gefällt euch und ihr schickt mir was ein der link ist unten in der video beschreibung bis dann tschüss